Es scheint, dass die Ehe von Jennifer Lopez und Ben Affleck in Gefahr ist und das könnte an den Geheimnissen liegen, die J. Lo für sich behalten hat. Die beiden traten vor kurzem in Jennifers Dokumentarfilm »The Greatest Love Story Never Told« auf, der ans Licht brachte, dass sie nicht die gleiche Perspektive haben. Der Dokumentarfilm enthielt eine Reihe von Anspielungen auf tiefer gehende Probleme in ihrer Beziehung, was die Zuschauer zu Spekulationen darüber veranlasste, was im Verborgenen vor sich gehen könnte. Ist es jedoch möglich, dass es weitere Informationen gibt, die sie der Öffentlichkeit vorenthalten? Im Laufe dieses Films werden wir die abscheulichsten Geheimnisse enthüllen, die Ben Affleck über Jennifer Lopez verheimlicht hat. Es wäre eine Schande, diese erstaunlichen Fakten zu verpassen. Eine zwei Jahrzehnte währende Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen. Im Jahr 2002 begannen Jennifer Lopez und Ben Affleck eine berühmte Beziehung, die sowohl die Aufmerksamkeit der Fans als auch der Boulevardpresse auf sich zog. Ihre Beziehung, die oft als Jennifer bezeichnet wird, kann als ein Wirbelwind beschrieben werden, der durch große Medienaufmerksamkeit, eine Verlobung und eine endgültige Trennung gekennzeichnet war. Bei ihrer ersten Begegnung, die am Set des Films Gigli stattfand, sprühten die Funken zwischen den beiden und Lopez bezeichnete ihre Verbindung deshalb als sofortig. Trotz der Tatsache, dass der Film nicht gut ankam, war die Verbindung zwischen den beiden im Off unverkennbar. Und sie wurden schnell zu einem der Paare, die in den frühen 2000er Jahren die meiste Aufmerksamkeit erhielten. In der Zeit, in der sie zusammen waren, war Lopez mit Chris Judd verheiratet. Sie reichte jedoch 2002 die Scheidung ein, nicht lange nachdem sie und Affleck begonnen hatten, sich in der Öffentlichkeit zu treffen. Lopez kam nicht umhin, von der romantischen Geste zu schwärmen und bezeichnete sie als konventionell, aber auch als wirklich spektakulär. Affleck machte ihr einen Heiratsantrag mit einem atemberaubenden, handgefertigten rosa Diamantring von Harry Winston. Und Lopez konnte ihre Begeisterung über den Heiratsantrag kaum unterdrücken. Trotz ihrer Begeisterung war das Paar der ständigen Aufmerksamkeit der Medien ausgesetzt, was sich negativ auf ihre Beziehung auswirkte. Nur wenige Tage vor der geplanten Trauung entschlossen sie sich, diese zu verschieben, weil die Medien sie zu sehr beeinflusst hätten. Sie gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachten, dass die große Aufmerksamkeit ihren besonderen Tag beeinträchtigen könnte. Anfang 2004 wurde berichtet, dass das Paar seine Verlobung aufgelöst hatte und ihre beiden Publizisten bestätigten, dass die Verlobung zu Ende gegangen war. In den darauffolgenden Jahren gab Lopez das Ausmaß ihrer Traurigkeit bekannt und beschrieb es als den größten Liebeskummer, den sie je in ihrem Leben hatte und sagte, dass es sie in eine schwierige Zeit führte, die über 20 Jahre andauerte. Beide Parteien sprachen auch nach dem Ende ihrer Beziehung weiterhin positiv übereinander. Vor allem der Schauspieler Ben Affleck lobte Lopez Fähigkeiten und ihre harte Arbeitsmoral und ging sogar so weit, in einem Interview im Jahr 2020 zu sagen, dass sie für ihre Leistung in Hastlers für einen Oscar hätte nominiert werden sollen. Er war beeindruckt von ihrer Hartnäckigkeit und ihren Leistungen und bemerkte, wie unglaublich es sei, dass sie ihren größten Triumph im Alter von 150 Jahren erreicht habe. 21 Jahre nach der ersten Trennung des Paares im Jahr 2021 begannen Spekulationen über eine mögliche Wiederannäherung der beiden. Als das Paar zusammen in Montana gesehen wurde, gab es viel Misstrauen, was dazu führte, dass die Gerüchte öffentlich wurden. Ein Instagram-Post, den Lopez im Juli desselben Jahres anlässlich ihres 52. Geburtstagsveröffentlichte, enthielt ein Foto von ihr und Affleck, auf dem sie sich leidenschaftlich küssen. Dieser Post diente als Bestätigung für die wiederbelebte Beziehung zwischen den beiden. Mit diesem Posting wurde ihre Romanze offiziell auf Instagram bekannt gegeben, was die Follower erfreute, die darauf gewartet hatten, dass die beiden wieder zusammen sind. Während die beiden ihre Beziehung weiter ausbauten, hörte Affleck nie auf, seinen Respekt für Lopez zu bekunden. Er räumte die sexistischen und rassistischen Äußerungen ein, die in der Vergangenheit in den Medien über sie gemacht wurden und dachte über die ungerechte und harte Behandlung nach, die sie in der Vergangenheit von den Medien erhalten hatte. In einem Interview, das im April 2021 stattfand, lobte Ben Affleck Jennifer Lopez als die fleißigste Person in der Branche. Er drückte auch seine Bewunderung für Lopez' jugendliche Schönheit aus und fragte sie im Scherz, wo sie den Jungbrunnen aufbewahre. Im Juli 2024 reagierte Lopez auf die Berichte, dass sie sich von Affleck getrennt hatte, indem sie einen Song namens Cambia El Paso herausbrachte. Fans behaupteten, der Song sei eine Anspielung auf eine weitere Trennung. Da der Text auf ein neu entdecktes Gefühl von Autonomie und Selbstvertrauen hindeutet, fragen sich die Fans, wie es um Jennifers Beziehung steht. Eine Liebesgeschichte neu erzählt. Jennifer Lopez hatte 2002 den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht und war sowohl in der Musik als auch im Film erfolgreich. Sie veröffentlichte das Album This Is Me Then, das teilweise durch ihre öffentliche Beziehung mit dem Schauspieler Ben Affleck beeinflusst wurde. Die CD fängt die Essenz dieser Zeit in ihrem Leben ein, indem sie ihre Erfahrungen und Gefühle hervorhebt. Zwei Jahrzehnte später kehrt Lopez mit ihrem neuen Album This Is Me Now, ihrer ersten Studioveröffentlichung seit über zehn Jahren, zu dieser wichtigen Phase zurück. Das Album knüpft an ihr früheres Werk an und bringt ihre wiedererwachte Leidenschaft mit Affleck zum Ausdruck. Der Umfang des Projekts geht über die Musik hinaus. Es beinhaltet den experimentellen Film This Is Me Now, A Love Story, der auf Prime Video ausgestrahlt wurde. Der Film beleuchtet Lopez' Liebesleben in den letzten zwei Jahrzehnten und konzentriert sich auf die Höhen und Tiefen, die sie erlebt hat. Am 27. Februar veröffentlichte Lopez außerdem eine Dokumentation mit dem Titel The Greatest Love Story Never Told. Diese Dokumentation wirft einen detaillierten Blick auf die Produktion des Albums und den Einfluss, den ihre Freundschaft mit Affleck auf den kreativen Prozess hatte. Lopez sang den Titelsong kürzlich bei Saturday Night Live und das Album This Is Me Now beginnt mit ihm. Das Projekt gipfelt in der Greatest Love Story Never Told, die einen erzählerischen Bogen spannt und die emotionale Reise des Albums abschließt. Lopez arbeitete mit Musikern wie Lato an einem Remix des Titeltracks Can't Get Enough zusammen, den sie bei SNL aufführten. Außerdem arbeitete sie mit Anuel AA an dem Remix von Rebound. Dennoch ist das Album im Wesentlichen ein Soloprojekt mit Lopez als Hauptdarstellerin. Bemerkenswert ist, dass das Album eine Fortsetzung des Songs Dear Ben aus This Is Me, denn enthält, der passenderweise Dear Ben Part 2 heißt. Dieses Lied ist eine Fortsetzung ihres Liebesbriefs an Affleck, in dem es um ihre wiedererwachte Beziehung geht. Lopez freute sich gegenüber Variety über ihre Arbeit und erklärte, das Album sei ein großartiges Kunstwerk mit einer starken, ehrlichen Botschaft. Sie betonte, dass die Initiative nicht dazu gedacht war, allgemeine Akzeptanz zu erlangen, sondern vielmehr eine wahre Geschichte aus ihrer Sicht zu präsentieren. Um This Is Me Now zu promoten, führte Lopez eine 20 Millionen Dollar teure, selbstfinanzierte Multimedia-Kampagne durch. Diese Kampagne kombiniert ein Album, einen Film und einen Dokumentarfilm und bildet eine zusammenhängende Erzählung über ihr Leben und ihre Liebesgeschichte mit Affleck. Der Dokumentarfilm hat eine heftige Debatte ausgelöst, insbesondere über Afflecks Beteiligung. Er taucht in dem Dokumentarfilm auf und äußert seine Unzufriedenheit darüber, dass ihre private Liebesgeschichte öffentlich gemacht wird. Die Spannung steigt, als Lopez ein Sammelalbum zeigt, das Affleck ihr mit Briefen und E-Mails aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit geschickt hat. Sie teilte diese intimen Erinnerungen mit ihren Produzenten, ohne dass Affleck davon wusste und es diente als Motivation für die Produktion des Albums. Diese Nachricht überrascht Affleck, da er nicht damit gerechnet hatte, dass solch sensible Daten enthüllt würden. Während Lopez und Affleck ihre Beziehung fortsetzen, haben sie ihre jeweiligen Familien erfolgreich zusammengeführt, einschließlich ihrer Kinder aus früheren Ehen. Es gab Gespräche über ein gemeinsames Kind und Spekulationen besagen, dass Lopez ihre Familie gerne erweitern würde. Einige Quellen behaupten, dass Affleck unter Druck steht, diese Entscheidung zu treffen, da er sich Sorgen über die Komplikationen und Verpflichtungen macht, die mit der Zusammenführung von Familien und der Aufnahme eines neuen Kindes verbunden sind. Herausforderungen in der Beziehung Obwohl die Beziehung von Ben Affleck und Jennifer Lopez Schwierigkeiten hatte, sind die Gründe für ihre Probleme viel schichtiger als zunächst behauptet. Quellen behaupten, dass Geschichten, wonach Affleck sich von Lopez' Popularität überwältigt fühlte, unwahr sind. Die wahren Probleme sind viel komplexer und weder Lopez noch Affleck erwähnten ihren zweijährigen Hochzeitstag, der Anfang dieser Woche stattfand. Am Jahrestag waren sie an verschiedenen Küsten. Lopez war in den Hamptons mit Violet, Afflecks Tochter. Das Paar hat sich nicht formell getrennt, obwohl sie unterschiedliche Lebensstile haben. Da es keine endgültigen Urteile gibt, deuten Quellen darauf hin, dass noch ein Hauch von Optimismus vorhanden ist. Beide verbringen Zeit getrennt und als Paar, um die Dinge zu klären. Sie verhandeln über eine komplexe Phase und versuchen herauszufinden, ob sie als bessere Menschen hervorgehen können. Ein Insider sagte, dass sie lediglich durch schwierige Umstände gehen und keinen Groll hegen. Jüngste Sichtungen von Lopez und Violet in den Hamptons deuten darauf hin, dass Lopez den Kindern von Affleck nahesteht. Zusammen mit Violets Freundin Cassidy Fralin wurden sie auf dem Weg zum Abendessen im 75 Main gesehen. Sie gingen Arm in Arm und zeigten Mitgefühl füreinander, was zeigt, dass Lopez und Violet sich sehr gut verstehen. Diese schwierige Zeit hat Affleck und Lopez dazu veranlasst, ihre Beziehung und persönliche Entwicklung zu überdenken. Sie sind dabei, sich zu trennen, um ihre Probleme zu verarbeiten und zu sehen, ob sie wieder zusammenkommen können. In Anbetracht der gegenwärtigen Situation scheint das Paar immer noch an seiner Ehe festzuhalten und sich an die Hoffnung zu klammern, dass ihre Meinungsverschiedenheiten beigelegt und ihre Beziehung gestärkt werden kann. Unfaire Vorwürfe Bei Afflecks Trennung InTouch Weekly zitiert einen Informanten, der verrät, dass Jennifer Lopez Vertraute zunehmend unzufrieden mit der Darstellung ihrer Beziehung zu Ben Affleck sind. Dem Insider zufolge ist Lopez innerer Kreis der Meinung, dass sie zu Unrecht für die Probleme in ihrer Ehe beschuldigt wird, während Afflecks angebliche Probleme nicht in gleichem Maße unter die Lupe genommen werden. Diese Sichtweise unterstreicht die zunehmende Besorgnis über die Ungleichheit in der Art und Weise, wie die Herausforderungen des Paares vermittelt und wahrgenommen werden. Der Informant schildert ein Szenario, in dem Lopez Bekannte und Partner der Meinung sind, dass sie als Hauptursache für ihre Eheprobleme ausgemacht wird. Sie behaupten, dass Afflecks persönliche Herausforderungen, einschließlich seiner angeblichen Bindungsprobleme und Probleme mit der Wutbewältigung, übersehen oder heruntergespielt werden. Diese Diskrepanz in der Medienberichterstattung hat zu erheblicher Unzufriedenheit in Lopez Bekanntenkreis geführt. In den jüngsten Berichten wurden bestimmte Fälle hervorgehoben, die Afflecks problematisches Verhalten veranschaulichen. So wurde beispielsweise sein Verhalten bei öffentlichen Veranstaltungen wie den Grammys 2023 beobachtet. Affleck wurde beschrieben, dass er bei diesem Engagement Anzeichen von mangelnder Anstrengung zeigte und gereizt wirkte. Aufgrund dieser Beobachtungen wurde vermehrt über eine gestörte Beziehung spekuliert. Der Insider weist darauf hin, dass solche öffentlichen Demonstrationen von Afflecks negativer Stimmung nur dazu dienen, die Annahme zu verstärken, dass er wesentlich zu den Problemen zwischen dem Paar beiträgt. Die Quelle behauptet, dass die Art und Weise, in der die Verantwortung zugeschrieben wird, ungerecht ist. Die Tatsache, dass J.Lo die einzige Person ist, die die Verantwortung trägt, wird von allen Mitgliedern ihres Umfelds als ungerecht empfunden. Dem Insider zufolge betonen sie, wie wichtig es ist, Afflecks Verhalten anzusprechen, das Anzeichen für emotionale Probleme aufweist. Der Insider ist der Meinung, dass Lopez trotz ihres aufrichtigen Wunsches, dass die Ehe gelingt, in die schwierige Lage versetzt wurde, Afflecks Stimmung und Verhalten zu managen und abzumildern, um die Stabilität ihrer Beziehung zu erhalten. Die Quelle erklärt, dass Lopez sich ständig bemüht hat, Afflecks Stimmung zu heben und zu garantieren, dass ihre Beziehung so makellos wie möglich ist. Dies hat zu einer beträchtlichen emotionalen und psychologischen Belastung für Lopez geführt, die eifrig daran gearbeitet hat, die Beziehung trotz der Hindernisse aufrecht zu erhalten. Dem Informanten zufolge hat Lopez aufgrund dieses Ungleichgewichts eine unverhältnismäßig große Verantwortung für die Stabilität ihrer Beziehung übernommen. Jennifer Lopez und Ben Afflecks Pläne zur Familienerweiterung Jennifer Lopez, auch bekannt als J.Lo, hat fleißig die Möglichkeit erkundet, ihre Familie mit ihrem Lebensgefährten Ben Affleck zu erweitern. Jennifer setzt sich vehement für eine Leihmutter ein, um ein Kind auszutragen. Und angeblich ist es ihr gelungen, Ben zu überzeugen, diese Idee zu unterstützen, wie eine exklusive Quelle für Life & Style berichtet. Diese Entwicklung unterstreicht Jennifers unerschütterliches Engagement für ein weiteres Kind in ihrer Familie. Jennifer Lopez ist laut der Quelle zunehmend begeistert von der Aussicht auf ein weiteres Kind mit Ben. In ihren Gesprächen mit ihm hat sie hartnäckig ihren Wunsch nach einem neuen Familienmitglied geäußert und ihn so lange ermutigt, bis er zustimmt. Jennifers Enthusiasmus, dieses neue Kapitel in ihrem Leben zu beginnen, wird durch ihre harte Arbeit und Entschlossenheit unterstrichen, trotz der Hindernisse, die vor ihr liegen. Ben Affleck, der bereits Vater von drei Kindern aus seiner früheren Ehe ist, war anfangs mit der Familiendynamik, die sie aufgebaut hatten, zufrieden. Angeblich war er mit der derzeitigen Konfiguration ihrer integrierten Familie zufrieden. Bens Bereitschaft, ein weiteres Kind in Erwägung zu ziehen, wurde jedoch von seiner Liebe zu Kindern beeinflusst. Obwohl er mit der derzeitigen Konstellation zufrieden war, stimmte er schließlich der Idee zu, die Familie zu erweitern, weil er Jennifers Glück sicherstellen wollte. Die Situation wird noch dadurch erschwert, dass Jennifer zwei Kinder aus früheren Beziehungen hat. Angeblich befindet sich das Paar in der Planungsphase und Jennifer prüft die Möglichkeit, eine Leihmutter zu engagieren, um ein neues Kind in ihrem Leben willkommen zu heißen. Zu den wichtigen Faktoren, die bei dieser Entscheidung berücksichtigt werden müssen, gehören die Logistik der Leihmutterschaft und die Integration eines neuen Mitglieds in die gemischte Familie. Jüngste Spekulationen über eine bevorstehende Scheidung zwischen Jennifer und Ben haben die Situation weiter verkompliziert. Diese Gerüchte wurden von Behauptungen begleitet, dass das Paar derzeit getrennt lebt. Dieser Umstand wirft die Frage auf, ob es möglich ist, zum jetzigen Zeitpunkt ein weiteres Kind in ihren Haushalt aufzunehmen. Aufgrund der derzeitigen Instabilität ihrer Beziehung und ihrer getrennten Lebensverhältnisse ist es schwierig festzustellen, ob dies der richtige Zeitpunkt ist, um ihre Familie zu erweitern. Die Aussicht, ein neues Kind in ihr Leben aufzunehmen, stellt sie vor eine Reihe potenzieller Herausforderungen, wenn sie diese Ungewissheit in Betracht ziehen. In Anbetracht der Dynamik ihrer integrierten Familie und der anhaltenden Probleme in ihrer Beziehung ist es vielleicht nicht die klügste Entscheidung, zu diesem Zeitpunkt ein weiteres Kind zu bekommen. Bevor das Paar einen so großen Schritt wagt, sollte es sich darauf konzentrieren, seine persönlichen Probleme zu lösen und seine Beziehung zu stabilisieren. Abonnententipp Zu Ehren des Vatertags hat Jennifer Lopez ihren Ehemann Ben Affleck mit einem einzigartigen Instagram-Foto geehrt. Abweichend von den üblichen Vatertagshuldigungen enthielt der Tweet von Lopez ein offenes Foto von Affleck. Das Foto zeigt Affleck, wie er seine Bauchmuskeln in einem Selbstporträt vor einem Spiegel zur Schau stellt. Die Bildunterschrift zu Lopez Post lautete Ich wünsche meinem Vater und allen anderen außergewöhnlichen Vätern auf der Welt einen schönen Vatertag. Wir empfinden tiefe Zuneigung für euch und schätzen euch mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Die Hochzeit von Lopez und Affleck fand im Jahr 2022 statt. Durch diese Verbindung übernahm Affleck die Rolle des Stiefvaters von Lopez' Zwillingen Max und Amy, die jetzt 15 Jahre alt sind und während ihrer früheren Ehe mit Mark Anthony geboren wurden. Außerdem ist Affleck der biologische Vater von drei Kindern aus seiner letzten Ehe mit Jennifer Garner. Violet, 17 Jahre, Serafina, 14 Jahre und Samuel, 11 Jahre. Zu dem anzüglichen Spiegelbild postete Lopez auch ein kurzes Video auf Instagram. Das Filmmaterial zeigte Affleck an einem Ort, der sein Arbeitsplatz zu sein schien. Zunächst nahm Affleck die Anwesenheit der Kamera nicht wahr, doch nach und nach lenkte er seinen Blick um, grinste kurz und nahm dann seine Arbeit wieder auf. Der Film zeigt eine Reihe von Ereignissen aus der Beziehung des Paares, darunter auch Höhepunkte aus ihrer gemeinsamen Zeit Anfang der 2000er Jahre. Der Tweet löste bei Lopez fast 250 Millionen Anhängern eine Vielzahl von Reaktionen aus. Ein Leser drückte seine Missbilligung über den Inhalt des Artikels aus und schrieb, ich weiß nicht warum, aber dieser Beitrag ist irgendwie zum Kotzen. Eine weitere Person bemerkte, dass kein Foto mit seinen Kindern gemacht wurde. Ein dritter Kommentator äußerte Zweifel an der Auswahl des Duschbildes und fragte sich, warum man ein Foto seines Ehepartners in der Dusche teilen wolle. Das ist eine Anerkennung seiner Rolle als Vater. Im Gegensatz dazu rechtfertigten mehrere Kommentatoren den Beitrag. Ein Nutzer merkte an, dass dieser Kommentarbereich den Vibe-Check nicht bestanden hat. Lasst uns zur Abwechslung mal davon absehen, das Elend im Internet zu erleben. Freut mich für dich, J.Lo. Ich weiß vorbildliche Väter sehr zu schätzen. Inwiefern verkörpert Jennifer Lopez unorthodoxer Post zum Vatertag ihrer Meinung nach ihre Beziehung zu Ben Affleck? Sind sie überrascht? Oder glauben sie, dass es wirklich ihre Dynamik repräsentiert? Lopez und Affleck haben ihre romantische Beziehung nach längerer Trennung wieder aufgenommen. Welche Veränderungen haben sich ihrer Meinung nach seit ihrer ersten Beziehung ergeben? Und wie haben ihre früheren Erfahrungen ihrer Meinung nach ihre jetzige Beziehung geprägt? Ärger im Paradies. Ben Affleck und Jennifer Lopez sind in den letzten Monaten wegen ihrer angespannten öffentlichen Auftritte in die Kritik geraten. Bei ihrem jüngsten Ausflug aßen sie gemeinsam zu Mittag und keiner der beiden grinste, was seltsam war, wenn man bedenkt, wie glücklich sie in der Öffentlichkeit immer waren. Man hatte sie schon bei mehreren früheren Gelegenheiten nervös gesehen. Diese Spannung war also nichts Neues. Im September zum Beispiel wirkte Jen merklich nervös, als sie mit Ben auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeugs durch Los Angeles fuhr. Als The Mother öffnete, war klar, dass sie sich unwohl fühlten. Jen runzelte auf dem roten Teppich deutlich die Stirn und auch Ben wirkte nervös. Später erklärte ein Lippenleser, dass ihre Diskussion eher unangenehm als ein Streit war. Nach dieser Episode kehrten die beiden sofort zu ihrer typischen Hollywood-Persönlichkeit zurück, grinsten breit und zeigten intensive Zuneigung. Ein Schritt, den viele als Versuch sahen, tiefere Probleme zu verbergen. Die Öffentlichkeit war schon immer sehr an den Partnerschaften von Jennifer Lopez interessiert und ihre früheren Beziehungen haben oft für Schlagzeilen gesorgt. 2017 tauchten während ihrer Beziehung mit Alex Rodriguez. Einem ehemaligen New Yorker Yankee, Gerüchte auf, dass sie strenge Auflagen für ihre zukünftige Ehe hatte. Zu diesen Bedingungen gehörten angeblich Einschränkungen bei seinen Beziehungen zu Frauen und die Verpflichtung, auf sein Aussehen zu achten. Auch wenn die Beziehung beendet wurde, stellt sich die Frage, welche Bedingungen Ben Affleck hätte erfüllen müssen, um ihre Verbindung fortzusetzen. Einigen Berichten zufolge leben Ben und Jen nicht mehr zusammen. Am 16. Mai berichtete TMZ, dass Jen in Beverly Hills B.I. einer Hausbesichtigung mit Freunden gesehen wurde, während Ben allein in einem Haus in Brentwood lebte. Ihr gemeinsamer Hauskauf im Wert von 60 Millionen Dollar hat Fragen über die Zukunft ihrer Beziehung aufgeworfen, insbesondere im Hinblick auf ihre Trennung. Das Thema hat auch die Öffentlichkeit auf den Plan gerufen. Während eines Presseauftritts für ihren Netflix-Film Atlas wurde Jen zu den Scheidungsgerüchten befragt. Sie winkte ab und gab keine endgültige Antwort. Simu Liu, ihr Co-Star, lehnte die Frage ebenfalls ab, was im Internet zu Gerüchten über ihren Beziehungsstatus führte. Außerdem ging Jen allein zur Met Gala, was uns überraschte, da Ben nicht dort war. Die Verwirrung wurde noch größer, als Ben am Abend vor der Met Gala bei Tom Bradys Braten gesehen wurde, obwohl es hieß, er sei zu sehr mit dem Geschäftlichen beschäftigt. Die Beziehungsexpertin Lena Murack diskutierte in einem Beitrag, der sich am 19. März verbreitete über rote Fahnen in Beziehungen. J.Lo fand den Beitrag ansprechend, da er die Bedeutung von emotionaler Sicherheit, Ehrlichkeit und klarer Kommunikation in einer guten Beziehung erörterte. Die Nachricht implizierte, dass es zu Problemen in der Beziehung kommen kann, wenn ein Ehepartner den anderen nicht respektiert oder sich seiner selbst nicht bewusst ist. Lopez' Familie drängt sie zum Weitermachen. Obwohl die neue Beziehung von Jennifer Lopez und Ben Affleck das Interesse der Zuschauer geweckt hat, scheint Lopez' Familie unbeeindruckt zu sein. Berichten zufolge unterstützen Lopez' Mutter, Guadalupe Rodriguez und ihre Schwestern die wiederbelebte Beziehung nicht, insbesondere angesichts der aktuellen Scheidungsgerüchte. Ein Informant erzählte der Daily Mail, dass Lopez' Mutter sie unter Druck gesetzt hat, die Beziehung zu beenden. Dem Insider zufolge hat Rodriguez Lopez ermutigt, seine Verluste zu begrenzen und weiterzuziehen, um nicht weiter in dieses Problem verwickelt zu werden. Rodriguez' Ratschlag entspringt ihrer Überzeugung, dass Lopez Affleck als Held in glänzender Rüstung vergöttert hat, nur um dann zu erfahren, dass er nicht der ist, für den sie ihn hielt. Diese Enttäuschung, so die Quelle, habe einen großen Einfluss auf Lopez gehabt und sie gezwungen, ihre Identität und das, was sie repräsentiert, aus den Augen zu verlieren. Lopez' Schwestern stimmen diesem Ratschlag zu. Sie sollen Lopez dazu überredet haben, ihre Scheidung abzuschließen und sich auf ihre Kinder und ihren Beruf zu konzentrieren. Ihr Rat deutet darauf hin, dass sie der Meinung sind, die Ehe sei nicht mehr zu retten. Dieser Rat der Familie unterstreicht den Ernst der Lage und ihre Sorge um Lopez' Wohlergehen. Ben Affleck hat derweil seine eigenen Probleme. Jüngsten Berichten zufolge fordert die öffentliche Aufmerksamkeit für seine Beziehung zu Lopez ihren Tribut. Afflecks Verhalten war in letzter Zeit besonders unberechenbar, wie ein Vorfall zeigt, bei dem er vor seinem Haus in Beverly Hills gegenüber Fotografen die Fassung verlor. Quellen zufolge war Affleck dabei, persönliche Dinge aus dem Haus zu holen, während Lopez im Urlaub in Italien war. Eine Quelle, die Affleck nahesteht, sagte, dass sein Ausbruch angesichts seines gegenwärtigen emotionalen Zustands nicht überraschend sei, da er am Rande eines Zusammenbruchs stehe. Afflecks enge Vertraute machen sich schon seit einiger Zeit Sorgen um seinen Gesundheitszustand. Sie beschreiben, dass er sich an einem sehr dunklen Ort befindet und die Sorgen um seine psychische Gesundheit zunehmen. Affleck hat seine Familie immer sehr geschätzt und in dieser schwierigen Zeit hat er sich besonders um seine Kinder gekümmert. Überraschenderweise hat er erhebliche Unterstützung von seiner Ex-Frau Jennifer Garner erhalten. Trotz des offensichtlichen Unmuts von Lopez über Garners Verlobung hat Garner Affleck in erheblichem Maße geholfen und damit bewiesen, dass sie ihn trotz persönlicher Probleme weiterhin unterstützt. Insgesamt deuten die Umstände auf eine komplizierte und schwierige Zeit sowohl für Lopez als auch für Affleck hin. Während Lopez' Familie sie ermutigt, weiterzumachen und sich auf ihr eigenes Wohlergehen zu konzentrieren, hat Affleck mit den Folgen der gesteigerten öffentlichen Aufmerksamkeit und den persönlichen Konflikten zu kämpfen. Die Einbeziehung von Ex-Partnern und Familienmitgliedern unterstreicht die Schwierigkeiten, die sie in dieser unbeständigen Zeit durchmachen. Jennifer Lopez – strenge Regeln Jennifer Lopez hat ihr Privatleben und ihre Beziehungen stark eingeschränkt. Vor allem mit ihrem jetzigen Ehemann Ben Affleck. Sie ist bekannt für ihre strengen Regeln, die in letzter Zeit durch Afflecks berufliche Verpflichtungen und die Dynamik ihrer Ehe an Aufmerksamkeit gewonnen haben. J.Lo ist besonders besorgt über Afflecks bevorstehende Beteiligung an Deadpool 3. Berichten zufolge schränkt sie sein Arbeitsumfeld stark ein. Sie erwartet offenbar einen 24-Stunden-Zugang zum Filmset sowie das Recht auf Überraschungsbesuche. Darüber hinaus hat sie angeblich gemeinsame Werbemaßnahmen wie Interviews und Fototermine untersagt. Und sie will nicht, dass Affleck nach der Arbeit unter Leute geht. Ihr Kontrollbedürfnis ist offensichtlich. Sie möchte, dass er bald nach den Dreharbeiten nach Hause zurückkehrt. Dieser Ansatz spiegelt ihre Bedenken über seine Beziehungen zu den Kollegen wieder. J.Lo's Strenge geht über arbeitsbezogene Themen hinaus. Zu ihren eigenen Richtlinien gehört auch ihre Einstellung zu Treue und Beziehungen. Ein Beispiel ist ihre Reaktion auf frühere Vorfälle mit ihrem Ex-Mann Mark Anthony. Nachdem sie Anthonys Affäre mit einer Flugbegleiterin aufgedeckt hatte, führte sie eine Regel ein, die es weiblichen Flugbegleitern untersagt, ihre Privatjets zu benutzen. Diese Richtlinie wurde eingeführt, um mögliche Probleme während ihrer Reisen mit Affleck zu vermeiden. Obwohl sich J.Lo und Anthony 2012 trennten, scheint sie eine anhaltende Wut zu haben, die ihr aktuelles Verhalten beeinflusst. Außerdem hat sie die Angewohnheit, ihren Beziehungen persönliche Beschränkungen aufzuerlegen. Als sie und Affleck ihre Romanze wieder aufnahmen, legte sie ein strenges Fitnessprogramm fest. Berichten zufolge wurde von Affleck erwartet, dass er sich an ein strenges Diät- und Fitnessprogramm hält und jeden Tag mit einer Trainingseinheit mit J.Lo beginnt. Ihre Erwartungen an ihn waren ganz klar. Regelmäßige Übungen und strikte Einhaltung einer gesunden Ernährung. Neben ihren Fitnessansprüchen ist J.Lo auch für ihre Ansichten zum Alkoholkonsum bekannt. Anfangs verfolgte sie eine strikte Alkoholpolitik, die sie später lockerte, um Afflecks Alkoholismus entgegenzukommen. Trotz dieser Freiheit übt sie einen großen Einfluss auf die Entscheidungen der beiden über ihren Lebensstil aus. Ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten haben sich herauskristallisiert, wobei Affleck als entspannter angesehen wird als J.Lo mit ihrer anspruchsvollen Haltung. Ihre Art erstreckt sich auch darauf, wie sie mit Menschen umgeht. Berichten zufolge verbietet sie ihren Angestellten, sie direkt anzusprechen oder Augenkontakt herzustellen. So wurden beispielsweise die Bauunternehmer, die an ihrem Haus arbeiteten, angewiesen, während der einjährigen Renovierungsarbeiten nicht mit ihr persönlich zu sprechen. Wenn Angestellte oder Auftragnehmer gegen diese Regel verstießen, mussten sie mit ihrem Zorn rechnen. Ein prominentes Beispiel war eine Flugbegleiterin, die J.Lo's Verhalten als sehr unangenehm beschrieb. Als sie auf einem Flug gefragt wurde, ob sie ein Getränk wolle, soll sie die Flugbegleiterin brüskiert und ihre Assistentin angewiesen haben, ihre Bitte um eine Cola Light weiterzuleiten. Die Flugbegleiterin bemerkte, dass J.Lo's Verhalten nicht mit ihrem öffentlichen Auftreten übereinstimmte, das häufig als freundlich und sympathisch dargestellt wird. Diese Aussagen verstärken J.Lo's Image als anspruchsvoll und oberflächlich, da viele normale Menschen ihr angebliches Diva-Verhalten gesehen haben. Ben Afflecks Suchtprobleme Im Jahr 2001 kämpfte Ben Affleck mit seiner Alkoholsucht, während er mit Gwyneth Paltrow und Jennifer Lopez zusammen war. Nach einer Zeit des exzessiven Feierns absolvierte Affleck ein 30-tägiges Behandlungsprogramm in Promises in Malibu, das von seinem Kumpel Charlie Sheen überwacht wurde. Diese erste Therapie war der Beginn von Afflecks anhaltendem Kampf gegen den Alkoholismus. Affleck begab sich 2001 zum ersten Mal in eine Entzugsklinik und beendete eine 30-tägige stationäre Behandlung wegen Alkoholsucht. Trotz seiner frühen Bemühungen musste er mehrere Therapierunden durchlaufen. Nach seiner Scheidung von Jennifer Garner begab er sich 2008, 2017 und 2018 erneut in professionelle Therapie. Trotz der Misserfolge hielt er an seinen Bemühungen fest, seine Sucht zu überwinden. Im Jahr 2019 hatte er einen kurzen Rückfall, beschloss aber, sich davon nicht aufhalten zu lassen. Affleck erkannte den Rückfall öffentlich an, bezeichnete ihn als Fehltritt und bekräftigte sein Engagement für die Behandlung seiner Sucht. Während dieser Zeit sprach Affleck offen über seine Schwierigkeiten. In einem Auftritt in der Today Show definierte er seine Krankheit als etwas, mit dem er täglich zu tun hat. Er betonte, dass die Alkoholsucht zwar ein Teil seines Lebens ist, ihn aber nicht vollständig definiert. Er sagte, dass die Krankheit ständige Arbeit und Aufmerksamkeit erfordert. Afflecks Sucht hat die Neugierde der Öffentlichkeit geweckt und häufig zu Fragen über seine Gesundheit geführt. Seine Beziehung zu Jennifer Lopez hat noch mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im Januar 2024 ging beispielsweise ein Video von Afflecks und Lopez offensichtlich wütender Interaktion bei der Eröffnung ihres Films Shotgun Wedding viral. Fans behaupteten, dass es bei dem Gespräch um Afflecks Alkoholkonsum ging, was Sorgen um sein Wohlergehen weckte. Da Afflecks Privatleben und seine Probleme mit der Drogensucht ausgiebig öffentlich gemacht wurden, war die Reaktion der Öffentlichkeit groß. Die Mutmaßungen über seine Gesundheit und seine Beziehungen unterstreichen die Schwierigkeiten, die er bei seiner Rehabilitation hat. Trotz des öffentlichen Interesses und gelegentlicher Misserfolge ist Affleck entschlossen, seine Sucht zu behandeln und Stabilität in seinem Leben zu finden. Ein Neuanfang inmitten von Gerüchten. Ben Affleck, ein amerikanischer Schauspieler und Regisseur, hat laut People gerade ein neues Haus für 20 Millionen Dollar in Los Angeles gekauft. Der Verkauf des Hauses mit fünf Schlafzimmern wurde am Samstag, 26. Juli, abgeschlossen. Das kürzlich erworbene Anwesen verfügt über sechs Bäder, einen Frühstücksbereich, einen Essbereich, ein separates Familienzimmer, ein Arbeitszimmer, begehbare Kleiderschränke, einen Medienraum, einen Waschraum und ein Gästehaus. Der Kauf erfolgt inmitten eines angeblichen Konflikts zwischen dem 51-jährigen Affleck und seiner 54-jährigen Frau Jennifer Lopez. Anfang Juli bot das Paar sein Haus in Beverly Hills für 68 Millionen Dollar an. Dieses Haus in Beverly Hills haben sie im Mai 2023 für 60 Millionen Dollar, also 850.000 Dollar gekauft. Die Entscheidung, das Haus zu vermarkten, kam nach der weit verbreiteten Neugier über ihren Beziehungsstatus. Als Lopez dabei beobachtet wurde, wie sie die Met Gala 2024 allein besuchte, verbreiteten sich die Gerüchte über eine Trennung. Dieser Anblick schürte den Verdacht, dass die beiden verheiratet sind. Ein Sprecher von Affleck erklärte jedoch gegenüber, e. News, dass der Schauspieler nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte, weil er in Los Angeles die Accountant 2 drehte. Mit dieser Aussage wurden Fragen zu Afflecks Abwesenheit bei der hochkarätigen Veranstaltung beantwortet. Die Besorgnis über die Beziehung und die Lebensumstände des Paares kam kurz vor ihrem zweiten Hochzeitstag auf. Am 16. Mai behaupteten zahlreiche US-Medien, Affleck wohne allein in seinem Haus in Brentwood. Nach Angaben von Entertainment Tonight lebte das Paar in verschiedenen Wohnungen und hatte anhaltende Schwierigkeiten. Dem Bericht zufolge nahmen sich sowohl Affleck als auch Lopez eine Auszeit, um über ihre eigenen Wünsche und Ziele nachzudenken. Der Publikation zufolge fühlten sich beide schlecht, weil sie ihr privates und berufliches Leben nicht im Griff hatten. Ein anderer Insider erzählte Entertainment Tonight, dass das Paar in seiner Beziehung Höhen und Tiefen erlebt habe. Es sei schwierig gewesen, ihre hektischen beruflichen und familiären Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Diese Quelle sagte, dass die Bewältigung ihrer Karriere und ihrer persönlichen Verpflichtungen den Druck auf ihre Beziehung noch erhöht habe. Ben Affleck war zuvor mit Jennifer Garner, einer Schauspielerin, verheiratet. Affleck und Garner haben drei Kinder, Violet, Serafina und Samuel. Aus der früheren Ehe von Jennifer Lopez mit Mark Anthony stammen die Zwillinge Max und Emmy. Diese familiäre Dynamik hat zusammen mit ihren hochkarätigen Berufen sicherlich zu den angeblichen Konflikten zwischen Affleck und Lopez beigetragen. Während Affleck sich in seinem neuen Haus in Los Angeles einrichtet, wird das Rampenlicht mit Sicherheit auf der wachsenden Komplexität seiner Beziehung mit Lopez liegen und darauf, wie sie ihr privates und berufliches Leben in Zukunft gestalten werden. Wir hoffen, dass Ihnen das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal.